Einseitig, reißerisch, hetzerisch, unausgewogen. Ich glaube, mit diesen vier Begriffen können wir die diese Woche ausgestrahlte Folge von Report Mainz auf ARD zusammenfassen. Es lief, wie es eigentlich immer lief. Rein zufälligerweise war eine schriftliche Anfrage bei einem der Teilnehmer und Mitorganisatoren des Charity-Shootings letzte Woche von Report Mainz, von den Journalisten, von den Redakteuren angeschrieben worden. Ich konnte diese Mail lesen und allein schon anhand dieser Mail konnte man sehen, in welche Richtung die Reportage gehen würde. Und zwar Hauptsache nichts neutral betrachten, Hauptsache nichts ausgewogen betrachten, sondern alles einseitig gegen den legalen Waffenbesitz. Ich werde euch auch diese Reportage unten nicht verlinken. Wenn, könnt ihr sie in der Mediathek des ARD wiederfinden. Ich werde dieses Machwerk aber nicht verbreiten. Bitte seht es mir daher nach. Nummer 1. Ich glaube, Mertens hat er geheißen. Dieser Mensch von der Polizeigewerkschaft, Gewerkschaft der Polizei, welche was ist, blickt ja eh kein Mensch mehr durch. Ihnen muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Sie haben Ihren Job verfehlt. So leid mir das tut. Wenn Sie noch nicht mal mitbekommen haben, dass es auch hier in Deutschland Influencer gibt, wie meine Wenigkeit oder André von Lassen Sie es krachen oder Jörg von Ghost TV, Jörg Sprawe vom Slingshot Channel oder, 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 die sich weitestgehend mit dem Thema legaler Waffenbesitz auseinandersetzen. Wenn Sie das noch nicht mal mitbekommen haben, dass es diese gibt und Sie das jetzt erst erkennen und für bedenklich halten, haben Sie Ihren Job verfehlt. Tut mir leid. Also das ist, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Erklärt aber, warum hier in Deutschland so viel Schiefläut. Liebe Report Mainz, wir haben hier in Deutschland Influencer, die sich mit dem Thema Waffen befassen. Davon abgesehen, dass ich mit Ihnen nicht gesprochen hätte. Sie haben bei mir aber auch nicht angefragt. Auch bei den anderen höchstwahrscheinlich nicht angefragt. Nein, warum nicht? Wir haben keine Titten. Sie mussten hier unbedingt eine junge, attraktive Frau finden, die sich mit dem Thema Waffen auseinandersetzt. Die schießen geht mit nur einem Makel. Sie ist nicht in Deutschland, sie ist in Österreich. Hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun. Österreich, wo wir ein anderes Waffengesetz haben als hier in Deutschland. Thema verfehlt, liebe Report Mainz. Hauptsache, Sie konnten etwas finden, dass Sie gegen den legalen Waffenbesitz, gegen die Sportschützen, gegen die Jäger, gegen die Waffensammler hier in Deutschland verwenden konnten. Unterirdisch, sage ich Ihnen ganz, ganz ehrlich, vollkommen unterirdisch. Dieser Veranstalter von dem Schießevent, von dem Schnupperschießen, wo Sie sich eingeschlichen haben und gesetzeswidrig Munition herausverbracht haben wollen. Na ja, zu diesem Menschen muss ich ganz ehrlich sagen, Sie werden gut damit beraten, das Videomaterial, das Sie von diesem Kurs haben, den Behörden zu übergeben, die für ihn zuständig sind. Und dann sollen Sie ihn mal aus dem Verkehr ziehen. Weil das, was er gemacht hat, spiegelt in keinster Weise die breite Masse der Sportschützen, Jäger und Waffensammler wider. Das, was Sie da gemacht haben, ist unterirdisch. Und Sie sollten sich vielleicht auch mal fragen, warum keiner Sie wirklich auf einen Schießstand lassen will. Weil Sie eben immer nur in eine Richtung berichten. Die andere Seite interessiert Sie einfach nicht. Weil nicht reißerisch, da können Sie ja keine Punkte holen. Wäre ich der Veranstalter der IWA Outdoor Classics, ich würde den öffentlich-rechtlichen Medien ein Hausverbot erteilen und sie nicht mehr reinlassen. Begründung, siehe Report Mainz. Ich würde versuchen, gerichtlich zu erwirken, dass jedwedes Videomaterial, das auf der IWA Outdoor Classics aufgezeichnet wurde, nicht verwendet werden darf. Liebe Report Mainz, Sie haben den Berufsstand Journalismus nicht verdient. Muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist auch noch bezahlt von unseren GEZ-Gebühren. Unter aller Würde. Dann kommen wir mal zu der berühmt-berüchtigten Black Rifle, der AR-15. Was ist denn eine AR-15? Nun, Nummer 1 für Sie schon mal zur Aufklärung. Die zwei Buchstaben A und R stehen nicht für Assault Rifle, Sturmgewehr. Nein, dafür stehen sie nicht. Sondern AR-15 steht für Armalite Rifle. Das ist der ursprüngliche Hersteller dieser Waffenart. Und was ist denn eine AR-15? Die AR-15 ist eine halbautomatische Büchse. Halbautomatisch bedeutet, für jeden Schuss muss ich den Finger am Abzug einzeln krumm machen. Somit ist diese Waffe lediglich optisch dem Pendant zum Einsatz im Militär konstruiert worden. Aber nicht technisch. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber auch das verstehen sie nicht. Auch das wollen sie nicht verstehen. Sie müssen sich ja schon Geschehnissen aus anderen Ländern wie den USA bedienen, um überhaupt Stimmung gegen uns Waffenbesitzer machen zu können. Jede polizeiliche Statistik, allen voran die PKS, zeigen ganz deutlich auf, und das schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass der legale Waffenbesitz nicht deliktrelevant ist. Wir bewegen uns hier im Verhältnis zu den, zu allen Gewaltstraftaten, im Promillebereich. Und deswegen macht ihr jedes Mal so eine Welle, so eine Bohei, um uns Sportschützen, Jäger und Waffensammler. Sie schauen sich ja noch nicht mal die Statistiken an, die von den Behörden, der Polizei, dem Bundeskriminalamt erstellt werden. Weil es sie nicht interessiert, weil es nicht ihrem Gedankengut entspricht. Die Forderung, Gastschützen zu überprüfen, Eventteilnehmer zu überprüfen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Stellen Sie sich doch bitte mal folgendes Szenario vor. Ein Interessent am Skisport meldet sich beim Vereinsvorstand eines Schützenvereins und sagt, lieber Vereinsvorstand, mich würde das gerne interessieren. Ich würde gerne einmal bei euch vorbeikommen. So, dann geht der Vereinsvorstand hinaus. Ja, dann geben wir bitte erstmal hier eine Selbstauskunft. Diese werde ich dann bei der für Sie zuständigen Waffenbehörde einreichen. Diese wird in etwa zwischen drei und sechs Wochen brauchen, mindestens, um Ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit zu überprüfen. Hierbei werden Sie auch vom Verfassungsschutz mit überprüft, um zu sehen, ob Sie vielleicht irgendeiner extremistischen Gruppierung oder verbotenden Gruppierung angehören. Was wird denn dieser Interessent machen? Der wird sagen, ach nee, das ist mir zu viel, tschüss. Das Einzige, was mit dieser Forderung, die dort gestellt wurde, bewirkt wird, ist, dass der Breitensport und der Leistungssport im Skisport vernichtet werden würde. Und nur darauf kommt es Ihnen, Report Mainz, an. Sie akzeptieren nicht, dass es Menschen gibt, die Skisport als Sport ausüben, die Skisport als Hobby ausüben, die Skisport als Leistungssport ausüben. Das akzeptieren Sie nicht, weil es Ihnen hier nicht in die graue Masse reingeht. Das, was Sie gemacht haben in diesem Bericht, meine persönliche Meinung, ist Hetze vom Feinsten. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich kann jetzt nur abschließend alle Interessensgemeinschaften, alle Verbände, die in irgendeiner Form die Waffenbesitzer vertreten wollen und vertreten, dazu aufrufen, geht gegen diese Redaktion vor. Geht gegen den ARD vor. Wendet euch bitte an den Rundfunkrat. Reicht eine Beschwerde ein. Schöpft alle juristischen Mittel aus, dass diese Art der Hetze gegen eine Minderheit endet. Denn das ist unter aller Sau, was dort gemacht wurde.